Oh, gehen Sie auch gern mit Ihrem Fahrrad spazieren? Ja, wissen Sie, Nordic Walking, das war nix für mich, diese verdammten Stöcke immer. Ja, das kann ich voll gut verstehen, wirklich, aber warum geht bei Ihrem Modell der Sattel so leicht ab? Bock auf bessere Gesprächsthemen? Dann schließt sich doch der riesigen Online-Community von Shakes & Fidget an. In diesem kostenlosen Game ist das Gameplay etwas ruhiger, alles andere dafür umso abgedrehter. Tonnen von Easter Eggs warten darauf, von dir entdeckt zu werden, egal ob im PvE, PvP, alleine oder mit der Gilde, Spaß wartet hier hinter jeder Ecke. Auch dank regelmäßig neuen Events. Wenn du Bock hast, findest du alle relevanten Links in der Videobeschreibung und kannst mich bei deinem nächsten Einkauf im Shop mit dem Creator-Tag Craft12354 gerne unterstützen. Danke und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, Leute, es ist wieder soweit. Schöne Runde Darkest Dungeon mit dem braunen Kackwurst-Schamanen. Wir freuen uns und wir würfeln natürlich vor allem erstmal eine Runde. Slash Würfeln 7, damit wir auch einen herrlichen Affix bekommen, nur mit Links spielen. Oh, nö. Da muss ich mit Links spielen und der Kollege schüttelt nur mit rechts, weißt du, das Leben ist manchmal nicht fair. So, Freunde, ich weiß noch nicht, ob das clever war, aber wir haben ja momentan 20 Jahre WoW-Geburtstagsevent, ne? Und ich dachte mir, Qn mal in das Chromie-Event rein und hab mir jetzt extra clever, wie ich bin, mein Drachenfliegen hier auf die 5 gelegt, damit ich mit der linken Hand auch rankomme. Ich jetzt natürlich wieder versuche, alles nur über Maus und Tastatur zu machen. Ich hab keine Ahnung, weil ich muss ja ein bisschen hier am Mausrad. So. Ja, oh, meine arme Gruppe, Bro, wie ich hier alleine fliege, ne? Als hätte ich irgendwie nur noch einen Finger. Bitte helfen Sie mir. Wie steuere ich jetzt überhaupt nach unten mit nur einer Hand? Das geht gar nicht. Ich muss die Maus nehmen, oder? Sonst mache ich hier diesen Flug. Ich weiß nicht, wie das Scaling ist. Leute, ich kann hier nicht einfach landen. Hier ist alles voll mit irgendwelchen Selitidenviechern. Fighten die schon? Ich sehe es nicht. Doch, sie sind ihnen fein. Leute, es tut mir leid. Bitte erschießt mich nicht, okay? Ich versuche es. So, warte, mit der Maus nochmal. Wir schnappen uns mal einen Tank. So. Der ist irgendwo da vorne. Bei dem versuchen wir so ein bisschen zu bleiben. Swamen wir einfach Kettenheilung rein. Ja, und ist ja so ein bisschen Zeitwanderung auch, ne? Man kann auch ab Level 30 in den LFR und Classic Timewalk ist jetzt aktiv. So schöne alte Todesminen ballern, ja? Und da ist es eben manchmal so, dass Low-Level-Chars einfach gewoneshottet werden. Aber hin und wieder nimmt das Leben seinen Lauf und dann ist es andersrum. Und du one-shottest als Low-Level-Charm. Das ist ja absolut fantastisch, seit wir diese Zeiten haben, in denen mehr zusammengelegt ist beim Leveln. Ja, und diese Chromie-Time-Levelei, wo du auch sagen kannst, ey, ich mache jetzt von Level 10 oder whatever bis zur alten Maximalstufe alle Level in Nordend oder TBC oder, oder. Kannst da bleiben in der Timeline und danach gehst du ins aktuelle Add-On. Ja, aber wir hatten es ja hier auch oft genug, dass wenn du da ein Dungeon-Queue ist in Wattelka und ich sehe hier nichts, Leute, ihr müsst zurückkommen. Keine Ahnung, ob ich hier runterfalle. Kommt mal wieder her jetzt. Die gehen in den Bau rein. Was soll das denn, Mann? Aber ja, da hast du dann natürlich auch die Möglichkeit, dass du gefühlt gerade ein Add-On wählst und da leveln willst, wo kein anderer ist. Und Chromie ist schon unterwegs wieder, das heißt wir mounten auf, let's go. Sehr schön, auch das funktioniert richtig gut. Und dann wird diese Suche ja ausgeweitet, ne. Obwohl du dann in Wattelka bist, suchst du auch nach Dungeons in BFA, in Classic, whatever. So, und das hat dann natürlich zur Folge, dass du mit den verschiedensten Leuten in den verschiedensten Dungeons landen kannst. Und dann mal ein Level 15er als Tankers, ein Level 20er als Heel, ein Level 53er als DD. Und die müssen ja alle irgendwie so skaliert sein, dass sie eine, wie ich hier fliege, Alter. Dass sie eine halbwegs, warte, mit der Maus jetzt so, Sturzflug, dass sie eine halbwegs sinnige Zeit in diesem Dungeon haben. Das heißt, wenn du mit, jetzt müssen wir hier den Schamanen suchen, da sind wir schon richtig irre. Wenn du jetzt mit dem Level 53er mithalten willst als Level 15er, ja wie, wie soll das gehen? Du hast vielleicht als Hunter, hast du zwei Fähigkeiten. Gezielter Schuss und zuverlässiger Schuss, so. Und dann sieh zu, nach dem Motto, ne. Und das geht folgendermaßen, deine zwei Fähigkeiten, die du hast, oder manchmal auch nur eine, die macht einfach so viel Schaden, wie dann der unheilig Todesritter mit seiner Geißelstoß-Kombo. Wie der Arcan-Mage mit vollen Aufladungen und einem brockenden Arcanen-Geschosshagel. Ja, und logischerweise sieht das dann so aus, dass du ansetzt zu deinem gezielten Schuss. Und wenn das Ding trifft, dann hämmert das so gottlos rein, dass du dich fühlst wie der Hunter hier, zumindest wenn du der Gegner wärst, ne. Du legst dich nämlich einfach hin. Und dann schottest du die weg. Momentan auch die Hexer so ehrenlos am Skalieren, die gehen irgendwie in diesen LFR-Flügel rein und machen 80% des Gesamtgruppenschadens im Single-Tage. Ja, weil vermutlich irgendein Däbon nicht richtig skaliert ist. Wir hatten das in Zeitwanderungs-Raids auch eine Zeit lang. Da sind wir Ulduar gelaufen und der Schattenpriester, der konnte mit seinem Endtalent so ein Tentakel beschwören. Und dieses Tentakel hat dann deine Zauber irgendwie imitiert. Im Single-Target hat es Gedankenschinden gemacht, im AOE Gedankenexplosionen. Und die haben vergessen, und das kann ja passieren bei der Masse an Klassen, Zaubern, Heldentalenten, Leveln, whatever. Ja, die haben vergessen, das richtig zu skalieren. Und dieses Schatten-Tentakel, das hat 90% deines Schadens gemacht beim Shadow Priest. Und du, ohne Scheiß, bei einer 20-30 Mann starken Gruppe, du hast einfach so im Schadensmeter dominiert. Das war, wie wenn du früher durch einen Dungeon gezogen wurdest von einem Gildi. Alter, also das waren aber ganz andere Zeiten auch, ne? Geil! Ey, Mann! Ich wette, nur weil sie das nicht gebalanced bekommen, reworken sie den Shadow, oder? Das ist original der einzige Grund. Unser DK ist ja auch gut mit dabei. Nein, ansonsten nur die Priester. Wird natürlich dann doch immer schneller gefixt, als du gucken kannst. Und gerade in Zeitwanderung ist es ja auch nicht so schlimm, ne? Wer spielt Zeitwanderung irgendwie, um da ehrenlos reinzuschwitzen und zu tryharden? Gut, den einen gibt es immer, aber generell scheiß halt drauf in Zeitwanderung, oder? Hauptsache, wir sterben jetzt hier nicht bei Darkest Dungeon, so sieht's aus. Und Hauptsache, wir müssen gleich nicht mehr fliegen. Ja, aber bisher geht's ja ganz gut, ne? Bisher, guck mal, noch ein Totem hier. Ist ja auch Bluttodesritter unser Tank. Der braucht gar nix von mir. Der macht das alleine. Ich brauche Heilung von ihm. Na sicher. Ja, und deswegen ist es eigentlich immer fast garantiert, dass wenn sie was an Zeitwanderung ändern, was Neues in diesen Zeitwanderungspool reinkommt, oder, oder, dass dann irgendwas wieder durchdreht. Ja, und es dauert locker nicht mal zwei Tage, dann hat die WoW-Community das gefunden, dann wird das gemin-max bis zum geht nicht mehr, ja? Und dann bis zum nächsten Event hat's Blizzard irgendwie gehotfixed, so nach dem Motto. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon gefunden haben, ob die Hexer und die Low-Level-Charles schon die Sperrspitze sind, weil das geht natürlich auch nur in den Bereichen, wo die mitmischen können. Ja, NHC und HC von dem neuen Schwarzfels-Tiefen-Raid geht natürlich nur auf Maximalstufe und so weiter. Dieses Mini-Event hier ist ganz nett, aber besonders brutal bisher nicht. Oh Gott, der Endboss. Oh, der Endboss ist so eine Laser-Light-Show. Da muss ich hoffen, dass das brauchbar skaliert ist für mich. Nicht, dass ich hier auf einmal Diablo-Qualmodus habe, Junge, und One-Shot bin, aber jedem Scheiß, nee, Hilfe. Leute, ne, ja, okay, alles ist cool. Und Geburtstagsevent bisher, also 20 Jahre WoW, darf man natürlich nicht drüber nachdenken. Ja, sonst kickt direkt die virtuelle Midlife-Crisis, auch wenn ich sehe, in welchem Tempo der DK immer von mir wegrennt, nämlich in der letzten Sekunde von der Kettenheilung. So, jetzt aber DK, wir beide. Ja, wir lieben uns. Wir haben schon Körperstellen am jeweils anderen gesehen. Die hat die Biologie noch nicht mal entdeckt oder benannt. Schöne Sache. Aber jetzt hier richtig nach vorne kommen. Der Gruppe zeigen, dass wir da sind. Ja. Und Geburtstagsevent toll. Also für mich zum Leveln, Zeitwanderungen, jetzt auch Classic-Dungeons, bisschen Nostalgie dazu, bisschen Strathäume und Düsterbruch. Manchmal ist Nostalgie nicht die Antwort, aber 50% Bonus-EP da drin. Hast du nochmal 10% so über eine Daily, dann hast du hier noch einfach so ein paar Prozente, weißt du, was ich Bock habe, mega EP-Boost überall. Schön die Chars jetzt durchböllern. Dann hast du hier so kleine Mini-Events, du hast Zeug zum Nachequippen, du hast einen Haufen Bums bei Event-Händlern zum Kaufen, du hast einen Haufen Schnulli-Events vor denen... Wow, was soll das denn, Mann? Das war nicht nett. Ich lande hier gerade. Es sind Haufen Schnulli-Events, so Mount-Offs, ja, und kleine Temo-Contest und super viele Charaktere aus WoW, die man so kennt. Eine Menge Liebe zum Detail. Liebe zum Detail. Ja, sollte ich weiter Kettenheilung spam oder sollte ich es lieber lassen? Wir lassen die mal Agro ziehen, weil ich weiß nicht, wie diese Fledermäuschen hier auf mich reagieren, du. Okay, das passt aber. DK hat auch noch Erdschild. Meine Heilerrolle nehme ich sehr gut wahr. Ich bin nicht mal im Heilmeter zu sehen, ne? Fantastisch. Ja, wir sollten weg von ihm. Oh, nicht vor ihm stehen, Junge. Oh, die Dreadlords, die machen gerne so einen Cleave und so einen Ass-Schwarm und so weiter. Wollen wir uns natürlich distanzieren. Aber wir sehen, die Gruppe, die macht das super, ja? Mein Kettenheilung-Spam, der ist real. Und darum habe ich bisher überhaupt nichts zu meckern. Ja, es gab wieder ein paar Bugs bei alten Bossen, ne, wie es so ist, wenn sie was ändern. So, und war auf einmal Kel'Tooza nicht mehr spielbar. Kein alter Boss, wo du irgendwie auf eine andere Ebene musst. Ja, Entsos ging nicht mehr. Anduin ging nicht mehr. Antimagische haben wir bekommen. Geil. Mein innerer Todesritter. Der frohlockt, wenn er das sieht. Und so ein paar Patch-Kinderkrankheiten. Ja, bei einigen hat Battle.net wieder rumgesponnen, viel zu lang geladen. Und der Nächste ist mit dem Scaling seiner Klasse und irgendeinem neuen Heldentalent nicht zufrieden. So ist irgendein Punkt verändert worden. Ja, okay. Kann ich verstehen. Juckt mich halt aber gar nicht. Ja. Okay, heute ist der DK ein bisschen stärker. Morgen ist er wieder ein bisschen schwächer. Egal. Ich mache mein Content, Junge. Hab eine geile Zeit. Boom. Ja. Und darum habe ich es zum Glück geschafft, nur geile Sachen mitzubekommen und mich nur auf die geilen Sachen konzentrieren zu können. Das denke ich immer ein hohes Gut. Ja. Und somit war das WoW-Leben einfach nur schön. Ich hoffe, es bleibt so. Mal sehen, wie das Endfazit vom Geburtstag aussieht. Aber erstmal, Bruder. Ich bin happy. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Hä, das war ja ultra easy. Oder wäre ich doch One-Hit gewesen, wenn ich irgendwas abbekommen hätte. Will ich das wissen? Kodex verlassen. Ja. Wollen wir hier noch was tun? Nö. Wir verpissen uns einfach. Auf Wiedersehen und stehen bei den Höhlen der Zeit. Huuu. Und dann haben wir jetzt die ganzen Feierlichkeiten. Ja. Sogar eine Maulwurfmaschine. Fantastisch. Ja. Freunde. Das war eine kleine Special-Geburtstags-Zeitwanderungsrunde. Weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Einfach gefährlich trotzdem. Ja. Ich glaube, wenn man da eine Gruppe voller Low-Level-Leute erwischt oder so eine Gruppe von Leuten, die nur Darkest Dungeon machen, na, jetzt kann ich meine rechte Hand wieder nehmen. Hoho. Die ist schon halb eingeschlafen. Dann kann das ganz schnell ganz anders aussehen. Ich hab einfach ein Epic bekommen. Ey, was? Das GS-117. Na, den legen wir nicht an. Den behalte ich in der Tasche, damit's noch mehr wehtut, wenn ich den Schar löschen muss. Aber das wär... Bruder. Halbes Cheating. Sag mal. Unfassbar. So ein Ring. In so einer Kiste. Für die Zeit. Junge. Weißt du, da hätten wir früher aber im Schwarzwels mit 40 Leuten erstmal Erz verhütten müssen. Ja, ja. So ein Ding ist das. Die etwas andere Zeitwanderung. Leute. Danke fürs Reinschauen. Genießt das Geburtstagsevent. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich in den nächsten Folgen wieder. Macht es gut. Haut da rein. Und... Schau's.